Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Alibaba geschrieben, welches er mit 4,0 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Alibaba ist eine Handelsplattform und Kommunikationsplattform für Unternehmen. Man kann dort allerlei Sachen bestellen, aber schon lange nicht mehr nur als Unternehmer, sondern auch als Privatpersonen ist es möglich, dort zu bestellen. Das Angebot ist undenkbar groß und es gibt verschiedene Produktkategorien. Alibaba.com gehört zur Alibaba Group, einer der größten IT-Filmengruppe im chinesischen Bereich. Zu dieser Gruppe gehören neben Alibaba.com auch AliExpress, Taobao, ein Online-Aktionshaus, Alipay und viele weitere Plattformen. Die Webseite Alibaba.com wurde schon 1999 aufgebaut von Jack Ma. Der alleinige Börsengang dieser Internetseite war 2007 der weltweit zweitgrößte eines Internetunternehmens. Heute zählen zum Kundenstamm von Alibaba schon mehr als 53 Millionen Benutzer aus aller Welt. Auf Alibaba findet man zur Zeit 14 große Produktkategorien, die alle noch viele weitere kleine Unterkategorien haben. In dieser Kategorie findet man unter anderem Kaffee und Kakaobohnen, Obst und Gemüse, Nüsse, Fleisch, Getränke und alles weitere, was man sich unter dieser Kategorie vorstellen kann. Alibaba bietet eine große Auswahl an Klamotten, egal ob Damen- oder Herrenmode oder Kinder- und Babymode. Für jeden Anlass gibt es eine entsprechende Kategorie wie Kostüme, Jacken, Hosen und so weiter. Im Bereich der Textilien geht es um Stoffe, die man noch selbst weiterverarbeiten kann. Dabei handelt es sich meistens um Meterware. Man findet dort Leder, Baumwolle, Felle, Garnmaterial und noch weitere. Bei den Accessories handelt es sich um Sachen wie Gürtel, Hüte, Schals, Krawatten, aber auch Schmuck wie Ketten, Ringe, Ohrstecker und Uhren. Auto und Transport. Diese Kategorie widmet sich völlig den Transportmitteln. Dies beschränkt sich nicht nur auf Autos und Motorräder, sondern auch Busse, Drohnen und viele Ersatzteile für jedes denkbare Fortbewegungsmittel ein. Taschen, Schuhe und Accessories. Hier gibt es eine breite Auswahl an Gepäckstücken, Handtaschen sowie Schuhe für Damen, Herren und Kinder sowie Babys. Bei den Schulen kann man auch wählen zwischen Freizeitschuhen, Sportschuhen, aber auch Arbeitsschuhen. Elektronik. Alles was man sich unter Elektronik vorstellen kann, wurde in dieser Kategorie zusammengefasst. Dort gibt es fertige Rechner zu kaufen, aber auch nur einzelne Computer-Zubehörteile. Heimelektronik wie Fernseher, Smartphones, Kameras und so weiter. Auch hier zu finden sind Geräte für die Sicherheit wie Feueralarm, Sicherheitskameras, Schlosssysteme und Saves. Geschenke, Sport und Spielzeug. Bedarf für allerlei Sportarten wurde in dieser Kategorie aufgenommen. Egal ob für das Golfen, für Fitness zu Hause, Wassersportarten, Tennis, Wintersport und viele weitere Sportarten. Man findet hier Zubehör wie Funktionskleidung, aber auch Sportgeräte. Die Spielzeugkategorie kann man sich eben vorstellen wie einen gigantischen digitalen Toys R Us. Gesundheit und Beauty. Make-up, Zahnpflege, Haarpflege, Gesichtspflege, Perücken, um nur einige Stichpunkte zu nennen. Sonstiges. Weitere Kategorien sind bestimmt für Maschinenteile, Equipment für Telekommunikation und Elektronik, Verpackungsmaterial, Chemikalien, Plastikteile sowie noch Handwerksbedarf für das Eigenheim, darunter auch Lichter. Was man vor dem Bestellen wissen sollte, ist, dass bei Alibaba hauptsächlich chinesische Unternehmen ihre Produkte anbieten. Es gibt auch Vertreter aus den Staaten Thailand, Taiwan und noch weitere. Ich persönlich bin aber tatsächlich fast ausschließlich auf chinesische Anbieter gestoßen. Man sollte ebenfalls sich bewusst sein, dass es sich bei den Produkten auch um Plagiate handeln kann. Insbesondere, wenn man große Marktnahmen auf Alibaba einkauft für erstaunlich niedrige Preise, sollte man stutzig werden. Das große Aufkommen an Plagiaten und Imitaten hat Alibaba auch schon häufig in das Visier von Kritikern gebracht. Ihnen wird zum Vorwurf gemacht, dass sie das Problem nicht genügend angehen. Luxushersteller wie Gucci haben Alibaba dafür auch schon verklagt. Der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich jedoch einsetzen. Wenn man eine Ray-Ban Sonnenbrille für einen Stückpreis von 3 Euro sieht, sollte man alarmiert sein. Da es sich um eine Handelsplattform für Unternehmen handelt, kann man einige Sachen auch nur in hohen Mindestbestellmengen kaufen. Das heißt, das geht häufig nicht unter 50 bis 500 Stück, was das Ganze wieder eher ungeeignet für Privatpersonen macht. Dennoch finden sich auch einige Verkäufer, bei denen man normal bestellen kann. Der Bestellvorgang läuft anders ab als bei anderen Online-Shops. Bevor man seine Bestellung abschicken kann, tritt man mit dem Verkäufer in Kontakt. Dabei habe ich schon häufiger die Erfahrung machen dürfen, dass das Englisch der Verkäufer zu wünschen übrig lässt und es deshalb zu keiner Bestellung haben. Besonders wenn man sich etwas anfertigen lassen möchte, muss die Kommunikation stimmen und unmissverständlich sein. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich überhaupt erst gar keine Antwort bekommen habe. Sonst sind die Anbieter immer sehr höflich und ziemlich schnell mit ihren Antworten. Wenn sich Verkäufer und Käufer über die Details der Bestellung einig sind, kann es über zum Bezahlen gehen. Welche Bezahlmethoden zur Verfügung stehen, sind vom Anbieter abhängig. Die sicherste Methode ist das eingeführte Bezahlsystem von Alibaba namens Alipay. Diese behalten das Geld so lange ein, bis man bestätigt, dass die Ware eingetroffen ist. Erst dann überweist Alipay das Geld an den Verkäufer. Auch die Versandart sowie Versandkosten und Lieferungszeitraum variieren mit den Anbietern. Man kann aber davon ausgehen, dass man zwei bis drei Wochen oder länger auf sein Paket warten muss. Ich habe bisher immer meine Ware erhalten und sie entsprach auch ungefähr meinen Vorstellungen. Um böse Überraschungen zu vermeiden oder zumindest um sie auf ein Minimum zu halten, empfiehlt sich vor der Bestellung das Verkäuferprofil genau zu studieren. Ein weiterer Tipp ist, dass sich mit den Anbietern auch gut verhandeln lässt. Bei größeren Bestellmengen konnte ich den Preis fast immer noch etwas nach unten korrigieren. Was mir persönlich nicht so gut an Alibaba gefällt, ist der Account-Bereich. Ich finde den ziemlich unübersichtlich und er könnte meiner Meinung nach wesentlich unkomplizierter gestaltet sein. Wenn man sich etwas länger damit beschäftigt, kann man sich aber auch daran gewöhnen und man weiß, was für einen wichtig ist und was nicht. Soweit kann ich Alibaba eigentlich weiterempfehlen. Man bekommt dort günstig Waren, die man sonst teuer in Deutschland bezahlen müsste. Zum Beispiel habe ich einmal Acrylboxen bestellt, die mit einem Logo versehen waren. Ich habe mir von einem deutschen Hersteller ein Angebot eingeholt, welches weit über 1000 Euro lag. Bei Alibaba habe ich für die gleiche Leistung nicht einmal die Hälfte bezahlen müssen und bekam zudem noch eine gute Qualität. Wie bei allen Plattformen dieser Art hängen die Erfahrungen einfach davon ab, ob man einen vertrauenswürdigen Verkäufer erwischt oder jemanden, der auf der Plattform Scharlatan treibt. Bisher bin ich davon verschont geblieben und wenn man genügend recherchiert vor der Bestellung hat man auch gute Chancen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.